In diesem Video sprühe ich ein realistisches Porträt. Das einzig Schwierige dabei, ich darf kein Schwarz verwenden, nur Rot, Orange und Gelb. Aber wie kam es eigentlich dazu? Ich wurde eingeladen, um in die Schweiz zu fahren, nach Bern. Dort war nämlich das Graffiti Fire Jam. Ich habe einen richtig coolen Spot gefunden. Es war echt eine sehr coole Erfahrung und tolle Veranstaltung. Aber wie das Werk geworden ist, seht ihr jetzt. Ich habe eine sehr francere Wegener Und bevor ich es vergesse, liked das Video, abonniert meinen Kanal, damit ich wachsen kann und ja. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja.